Ja. Franck Ribéry ist der Matchwinner. Denn wer glaubt jetzt noch an die Wände? Klar, Alemannia Aachen in der letzten Minute sicher 3 zu 2. Aber das geht mitten ins Herz. Hier ganz cool gemacht. Gewartet, dass sich Ciauna in eine Ecke wirft. Und dann gelupft. Der Blick geht zu Gagelmann, zu Peter Gagelmann. Der Schiedsrichter lässt noch weiterlaufen. 122 Minuten. Der FC Bayern München Stünde im Halbfinale. Jetzt ist die Stimmung hier.